Die 6 besten Produkte, Regal 60 cm breit, German for the 6 best products, Regal 60 cm wide. Ich habe das Volto Bücherregal gekauft und bin sehr zufrieden damit. Es ist ein freistehendes Büroregal mit 4 Fächern und bietet genügend Platz für meine Bücher und Akten. Das Design ist schlicht und modern, in einem schönen weißen Farbton. Die Montage ist einfach und schnell zu erledigen und das Regal steht stabil. Es ist ein praktisches und platzsparendes Möbelstück für alle, die ihr Wohnzimmer oder Büro organisieren möchten. Ich kann es nur empfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Songmix Schwerlastregal. Es ist einfach zu montieren und das Stahlgestell ist sehr stabil. Ich war überrascht, wie viel Gewicht es tragen kann, bis zu 875 kg belastbar. Das Regal hat 5 verstellbare Ablagen, sodass ich es nach meinen Bedürfnissen anpassen kann. Ich benutze es in meinem Keller und es hat mir geholfen, meinen Platz besser zu organisieren. Der schwarze Farbton verleiht ihm auch ein schönes Design. Ich empfehle es auf jeden Fall jedem, der nach einem haltbaren und leistungsstarken Lagerregal sucht. Ich bin begeistert von meinem neuen Stormike Wandregal. Es war sehr leicht zu montieren und sieht einfach fantastisch aus. Die weiße Farbe passt perfekt zu meiner Einrichtung und das Schweberegal gibt meinem Zimmer eine moderne und dekorative Atmosphäre. Ich nutze es im Schlafzimmer für meine Bücher und es bietet ausreichend Platz. Aber auch in der Küche oder im Wohnzimmer wäre es ein toller Blickfang. Das Zweier-Set ist wirklich praktisch und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe mir das schulte Regalwelt-Steckregal gekauft, um mehr Platz in meiner Werkstatt zu schaffen. Die Montage war sehr einfach und das Regal steht sehr stabil. Die Tragkraft von 65 Kilogramm pro Fachboden ist perfekt für meine Bedürfnisse und ich konnte alle meine Werkzeuge und Materialien darauf lagern. Die Abmessungen von 180 x 60 x 40 cm sind auch super für kleine Räume geeignet. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde das Regal jedem empfehlen, der eine einfache und praktische Lösung für die Lagerung von Gegenständen benötigt. Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Bücherregal. Es sieht sehr elegant und modern aus und passt perfekt in mein Wohnzimmer. Das Regal hat ausreichend Platz, um meine Bücher, Dekoration und einige Arbeitsmaterialien zu verstauen. Ein weiteres Plus ist die einfache Montage des Regals. Mit einer klaren Montageanleitung konnte ich es problemlos zusammenbauen. Ich bin sehr glücklich mit meinem Kauf und würde dieses Regal jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem funktionalen und schicken Bücherregal ist. Ich bin total begeistert von meinem neuen Songmix Badezimmerregal aus Bambus. Es ist nicht nur super praktisch und bietet viel Stauraum, sondern sieht auch noch sehr schick und modern aus. Die Farbkombination aus Naturbambus und Weiß passt perfekt zu meiner Einrichtung. Ich verwende es nicht nur im Bad, sondern auch in der Küche und im Flur als Schuhregal. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig und das Aufbauen war kinderleicht. Ich kann das Regal jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer stilvollen und nützlichen Aufbewahrungsmöglichkeit ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.